Yoshi, King Dutschbeck, wer ist Daddy? Das wissen wir nicht. Ey, Nico! Hast du das Hugo wie du doch geguckt? Oder woher kommt das Daddy auf einmal? Auf einmal? Oh Gott, ey, ich bin mit dem Boom heute hier. Bruder! Bruder, ey, war der Daddy gegangen schon vor drei Jahren. Von wem? Von Franzi aus Düsseldorf, keine Ahnung, von Hanna aus Hamburg, ich weiß es nicht. Dann guck dir mal das neue Hugo-Video an. Okay, ruhig, ich hab's. Oh, 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 oh. Wie heißt der? Ja! Huhn! Bisschen mit Fake. Emote only! Hab ich rein. Ey, macht Emote only, ne? Jupiter? Willst du mich verarschen? Kann man wissen, kann man wissen. Das ist doch nicht Jupiter! Doch, kann man wissen. Nico hat jede Doku gesehen auf YouTube. Das, was Nico sagt, ist wahr. Was für Jupiter, du Pisser? Kann man wissen. Ich hab's gezeichnet hier gerade. Ich find's gut. Ich hab's gut! Oh, oh, oh. Sehr geil. Mach Emote only, Emote only. Emote only, ich hab's drin. Ich hab's drin. Ja, Jupiter weiß man. Schneemann, Schneemann, Schneemann. Hab ich auch. Mit einem N oder zwei? Schneemann? Ähm. Ähm. Ja! Nr. 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 oft gespielt jetzt habe ich nicht einmal gespielt seit jahren nein doch zwei jahre okay 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 wenn du gleich die lösung hast denkst du auch easy leck mich am arsch nur weil ich schlau bin ganz gerne in der schule von mir abschreiben ich bin dran ich bin dran okay das ist klar alter jenz was soll die scheiße kann ich nicht sagen alter was geht hier mal seid ihr blöd man es gibt doch nicht sage mal doch nicht steroide also bruder ich weiß nicht wo ihr lebt poppeiser war das aber auch eigenschaftswörter sind ist halt auch krass stark ist gut gezeichnet das gut verstand ist ja was sascha aber die links denke Ich hab zuerst falsch geschrieben, zuerst falsch geschrieben, Closed steht noch da. Langsam, ich war der Erste. Verdammte Scheiße, Kaffee gedacht, super. Linsensuppe, Wester. Geh weg. Ich will nicht mehr mal, Alter. Einfach, einfach. Hä? Auch weil ihr auch mal liebt. Oh, ja. Das ist einfach, ja. Oh mein Gott. Dafür, dafür, dafür. Aber man muss weiter denken. Ihr müsst an Apps denken, ne? Ihr müsst an Apps denken. Was hat man für eine App? Was braucht man? Oh, Mann! Zu langsam. Aber ich war so nah dran schon, Sascha. Guck. Guck im Gesprächsverlauf. Ich guck, ich guck. Magnet. Tablet, Tablet, Handy, Smartphone. Ja. Oh Gott. Hülschrank. Ey, Dutschi, dass man da auf eine Marke geht, ne? Das lässt sich Scribble aber auch bezahlen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Die haben da nen Deal. Die haben den Deal. 100 Pro, 100 Pro, 100 Pro. Oh mein Gott, was das denn für ein Wort. Oh, ah. Muss los, wirklich. So was. Okay. Oh mein Gott, Digga. Ja! Bomb! Oh, ist das krass, Alter. Hä? Ey, krass einfach. Ey, so gut gemalt, Dutschi. Schnell ihr seid. Danke. Hä? So gut gemalt. Ist klar. Ich weiß aber auch nicht, wenn du das Spiel halt jeden Tag 100 Mal spielst und das Wort öfters sagen kannst. Ja, oder? Boah, Sascha, traurig, enttäuschend. BVB, bla. Fast. Hä? 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 Oha. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Oh, Mann! Mann! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Äh? 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 Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Wie heißt denn das? Oh Gott, ist das bad. Mann, Alter! Boah, Alter! Ey, ich hab das... Da drauf kommen ist nicht so... Ey, Sascha! Dass du das vor der Krone hast, ist echt krass. Das ist... Ey, ich hab da oben nicht auf die Striche geguckt. Ich dab, Alter. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich mach... Nach dem Stream on-Stream mach ich noch Intelligenz. Ich glaub, ich hab hier gerade was entdeckt, was ich noch nie davor hatte. Oh, nee. Wie schreibt man das? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein. Wie schreibt man das? Ja, das ist das Problem, aber... Das müsst ihr wissen, Alter. Ja? Oh Gott. Oh Gott. Ich kann einfach kein Deutsch machen. Was? Ketchup, Senf? Was soll das Schwarze sein? Das gibt's gar nicht. Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Oh, bleh, Alter. Nee. Barbecue. Nee. Bruder, besser kann ich's nicht malen. Na, ist gut gemalt, Alter. Das Wort ist halt... Ja. Doppel in... Pajonese! Ach so, Digga, Pajonese! Alter, hör doch auf! Du, ey, sagst du mal was du denn, Alter. Oh! Ey, ich dachte Senf, Ketchup und... Das ist schwarze! Ich hab noch nie ne schwarze. Barbecue! Sagt er Barbecue. Geil einfach. Barbecue, ja. Wie soll ich im weißen Rahmen malen, Alter? Fast! Okay, das ist nix easy, Alter. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Bruder. Schnell! Hä? Familie? Familie! Jungs, einfach! Es ist einfach! Es geht... Jungs! Einfach! Gut gezeichnet! Einfach! Digga, das ist überhaupt nicht gut gezeichnet. Ich versteh gar nichts. Paparazzis?! Wo ist das Protoapparat?! Paparazzi! Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Sascha! Oh, Mann, das wird schwer. Ich wollte es nicht. Ey, Sascha, Paparazzi. Dann weißt du, die anderen Wörter waren noch schwieriger. Ey, Jungs, 60 Sekunden, Jungs! 60 Sekunden, was soll ich machen? Die anderen Wörter waren leicht, ich wollte aber mal was Gutes zeichnen. Und es war auch meines Erachtens gut gezeichnet. Oh Gott! Oh mein Gott, Dutschi! Krass! Ja, aber gut gezeichnet! Gut gemalt, sehr gut gemalt, ja. Richtig gut gemalt! Äh... Warum ist meins close? Warte, warum ist deins close? Weil es sehr close ist. Ja, deswegen! Ja, na klar! Ja, ja, klar! Ja, ja, klar! Ja, ja, klar! Oh mein Gott! Geile Nummer! Du rasierst ja komplett bei Scribble! Das wird mit Gartik kommen mit dir! Ein ganz anderes Ding, Junge! Wieso bin ich zweiter? Oh mein Gott! Jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Ich muss Yushi jetzt überholt haben! Ja! Ja! Ich bin vier! Boah! Scheiße! Das war gut gezeichnet! Super gut gezeichnet! Super gut gezeichnet! Ich hab wirklich... Ey, Jungs! Jungs! Ganz kurz! Paparazzi war schon nicht so schlecht gezeichnet! Das war ziemlich schlecht! Sascha, was war das? Das war unterirdisch, Sascha! Wirklich! Was?! Das, was meine Zeichnung wartet! Juhu! Oh mein Gott! Ich hab's! Oh mein Gott! Lull ist es nicht schon! Lull! Lull! Denk an... Jens, mehr Emotes! Denk an Twitch! Das gibt's! Lull! Huch! 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 Gut! Oh Mann! Was für Emote, Alter! Du hast dich komplett aus der Reihe gebracht! Aber ich hab die Emotionen gut bei dir rübergebracht, ne? Ey, du hast... Das war top! Das war top, top, top! Paparazzi war auch gut! Oh nee! Paparazzi war geil! Mit dem Stinkefinger! Oh Gott! Sind die Proportionen schlecht! Sagen wir! Sagen wir! Ja, warum... Sagen wir! BAM! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so wichtig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck! Fuck! Kiss me! Fuck! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Daddy noch hinter mir! Daddy noch hinter mir! Na klar! Ey, warum bin ich auf einmal Platz 4 so nah beieinander? Junge! Junge! Sick herr im Adana! Also ich bin! Adana! 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 Ja grade! сы Hammer! Sexy! Alles tanzt! Alles Nacht! Eine Sekunde, was passiert hier? Das freut mich auch. Das ist ein Gespenst, Mann. Oh mein Gott, was mache ich hier? Wie mache ich es zurück? Scheiße, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich choke so rein. Oh nee, ne? Was soll das sein? Es kommt ein wichtiges Detail. Es kommt ein wichtiges Detail. Verstehe ich gar nicht. Oh Gott, war das easy. Das ist ein Kampf, man. Das ist Karate, man. Ich hab am Anfang gecheckt, was soll ich denn machen, wenn du dieses Völkzeug der Abzug vorbeigezogen? Dass er ein Bein hebt, hä? Ey, Yoshi, das muss man sagen. Wo ist das Karate? Der schwarze Dürte war ein Junge. War schon gut gezeichnet, ja. Ja, ja, wenn man dafür 100 Jahre braucht, soll ich das nächste Mal auf den Film machen? Oh nee. Wie hält man das noch? Äh? Äh? Ich hab... Bring Buchstaben, bring Buchstaben. Bruder, weiß ich doch nicht, wie man das... Boom! Jojo! Bruder, keine Ahnung, wie man das malt, Alter. Sehr gut, sehr gut, Jens. Ja, besser kann ich es nicht malen, Alter. Oh, das ist das schönste Bild des Tages, oder nicht? Das ist schön. Oh Gott, Mann, ich bin so stark, so stark! Ich hol's so auf von hinten. Okay, okay, Jungs, okay, easy, easy. Schön gemacht, war mein bestes Bild ever. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und dann... Oh, 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 oh. Bam! Oh nein. Ey, Nico, weil bei dir einer liegt, Alter, weil bei dir einer liegt, bin ich draufgekommen. Ich bin auch nur draufgekommen, weil ich das in einem Clip von gestern gesehen habe. Wer weiß, rein? Na, ist Joshi? Joshi! Zylinder! 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 Ich bin bodenlos, aber das ist noch ein Next Level, Alter. Was? Was soll ich denn das sagen? Das ist Entity sauer, glaube ich. Okay, okay. Oh mein Gott. Das ist die Nummer 1! Oh Gott. Ey, wenn man das weiß, Alter. Ich bin der Vogelhochzeit, im Song. Vogel des Jahres 2021, glaube ich. Ey, Joshi, wir sind beide die gebildetsten von allen hier. Unglaublich, da drauf zu kommen ist krass. Also wer es bei Vogel des Jahres 2021 nicht weiß. Junge, so einfach, jeder kennt den. Jeder kennt den, Leute. Gans, Alter. Ducci auch erst mal probiert. Die Gans. Keine Ahnung, wie so ein... So einfach. Ja, nee, Jungs, nee, ehrlich, ehrlich. Rotkehlchen! Das habe ich in meinem Leben vorgeheben. Nicht gehört. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das ist so dumm, ehrlich. Die gibt es auch in Stuttgart nicht, glaube ich. Ich hau das Ding raus. Ich erst Twitter und dann Rotkehlchen. Richtig. Fass doch auf, Alter. Ich nehme gleich mal... Oh, Twitter wäre strong gewesen. Ja, wäre strong, strong. Okay. Oha, 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 oha. Halt's Maul. Okay, kann nicht sein, Alter. Okay, Sascha, du fakest. Bam! Bam. Oh mein Gott. Sascha einfach zu viel mit Robert Mark Lehmann gechillt. Ey, ich wusste es. Ich wusste es, Mann. Oh, 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 oh. Das ist ganz einfach. Das sieht aber auch Jens sehr ähnlich. Boah, wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Oh, Robert Mark Lehmann hat es rausgeholt. Jawohl, ich habe es doch geholt. Oh, ich schreibe Killerhai, Hammerhai heißt der. Killerwahl, Alter. Fledermaus, jetzt auch. Jens, ich hab dich gleich. Ja, ich bin Dritter. Das geht von ganz oben. Weil alle dicht beieinander sind. Okay, okay, okay. Wie heißt das Spiel? Spiel des Lebens? Hä? Was für Spiel? Oh, ich darf nicht choken. Wie heißt es? Trivial Pursuit. Ja, Mann. Jops. Was? Okay, jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh. Hä? Ja. Das ist extrem. Ähm. Oh, jetzt. Danke, danke. Oh, 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 oh. Nein. Ja, der. Jawohl. Sascha, ja. Ich habe mich auch vertippt. Nochmal zurück. Jawohl. Jawohl, Sascha. Wichtige Nummer. Dutschi, geil gemalt. Danke, danke. Nur meine Krake war schöner aber. Muss man... Nee. Okay. Ja, da habe ich dich geholt, Jens. Alle dicht beieinander, ne? Nichts entschieden. Oha. Schön ausgemalt. Macht er gut. Ja, ja, ja. Ist ihm noch nicht rund genug. Gute Arbeit. BAM! Oh. BAM! Wartig! Juhu! Let's go! Das Spiel ist... Oh, ich bin dran. Fuck, Alter. Weg, 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 weg. Alle weg. Am Ende der Jagd. Eisenbahn, schade. Zwölf. Oh, jetzt weiß ich auch nicht, was da. Was zur Hölle? Äh... Hä? Warte ab. Äh... Was? Ein Rechen. Nein. Ja, habe ich auch gedacht. Äh, jo. Äh, jo. Das war es eigentlich. Ich werde, ich weiß es. Hä? Das weiß man noch? Was? Alter. Chat. Jungs. Digga, was soll es sein? Und unten runter? Ja, gib mehr. Was soll ich noch machen, Alter? Was kann ich da noch machen? Gib mehr, Junge. Kann noch ein bisschen so... Äh... Ja. Nee, ich komme nicht drauf. Ja, einfach. Bruder, aber es ist eigentlich einfach. Irgendwann ist es ein Instrument. Was soll es sein? Das sieht man doch. Egal, das ist ja ganz übel. Was? Das ist sehr, sehr traurig. Oh Gott. Was ist das so? Wunderlos! Schäm dich! Schäm dich, Alter! Schäm dich! Alter! Okay, Jungs. Das ist krass, krass. Ich fordere, Jungs, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass, Chat. Warum? So war es gar nicht so schlecht. Fertig. Ich hab's. Oh, Mann. Gut gemacht, gut gemacht. Oh, da muss man schnell sein. Fertig. Mein Kronleuchter war eigentlich... War besser als Paparazzi. Der Kronleuchter, Jens. Besser als Paparazzi. Nee, 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 nee. Paparazzi war schon schwierig. Paparazzi war... Also, der Kronleuchter war das allerletzte. Ich hab noch nicht so was hässliches gesehen, Alter. Aber hast du nicht gedacht, brennende Lichter? Nee, er kann's nicht mal als NFT verkaufen, das Scheißding. Wie, aber warte, hast du auch ein bisschen was, hat's dir gesagt? Lazzo, 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 Lazzo. Boden, Boden, Boden. Ey, Sascha. Was hier? Sascha, ey, Nico. Bruder, Linie. Jäger, Alter. So, ey, Niko, Alter. Ich hab gewonnen. 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 Wie kann ich vierter sein, Alter, gegen Paparazzi, Alter. Verdammte Kacke. Oha, oha. Let's go. Oha. Oha, Alter. Oh, Mann. Jawoll. Gut gemacht, gut gemacht. War schwer, Alter. Ja, ist schwer. Ja, also ehrlich, ey, Mann. Ist schwer, ist schwer. Ey, man denkt viel mehr an das Außenrum. Ja, ey, die... Man denkt viel mehr an das Außenrum. Das ist zu viel. Ja, ich hab ihn eh vergessen. Ich hab ihn eh vergessen. Die Wolke hat einen verrückt gemacht, Alter. Ich war voll drin in der Wolke, Mann. Ich auch. Okay, okay, okay. Oha, hallo? Paparazzi, Alter. Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, hallo? Paparazzi geht immer. Ah, Paparazzi geht immer. Oha, oha, von hinten, Alter. Wunderbar. Okay, okay. Oha. Äh, okay. Oha. Wie heißt es nochmal? Ja! Number one! Oh, Mann. Damit geh ich auf die Eins. Nico Strong. Haben wir auch daheim? Ich hab ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Nico, hab ich auch daheim. Hast du wahrscheinlich auch. Alter, Nico, was das Tier genießt, ist ja voll. Oh, ich hab das Wort nicht ein. Ist ja voll am Grenzen, das ausgeteilt. Was geht bei dir daheim im Schlafzimmer, Alter? Du bist ja der glücklichste Mensch, oder? Das ist ja so abfeiern, Alter. Ja. Ich hab's nicht. Du genießt es übel. Es ist übel. Das sind was. Oh mein Gott. Peitsche. Kann man wissen. Juggi, das war... Ja, das war nix. Das war gar nix. Oh, wieder auf der Eins. Bitte halten, halten. Holt, holt, holt. Nein, am Ende der Jörg meint man besser. Der beste Maler kommt, Juggi. Oh, nee. Oh, das war's nicht. Jetzt geht's... Oh, jetzt ist vorbei. Kriegen wir nicht durch. Beruhig dich. Oh, wie heißt das? Wie heißt das? Boah, boah. Oha, Sascha. Ey, was, ich so gemüht habe, wenn ihr wüsstet, wenn ihr... Ja, Sascha, das... Ey, Dutschi, du machst wieder viel zu viel drumherum. Ja, was? Mach doch gleich noch ein Restaurant, Digga. Mach doch noch ein Restaurant. Aber ey, Sascha, wie willst du das Einzelne zeichnen, dass es jemand versteht? Geht nicht. Das musst du auf den Teller machen. Junge, das ist kompletter Müll. Also, was wird mir gezeichnet, hallo? Junge, was ist das denn? Aber auch keiner falsch geschrieben, Alter. Keiner falsch geschrieben. Junge, das ist es gar nicht. Eins halten, Jack. Ich geb mein Bestes, Jungs. Ich geb mein Allerbestes. Sagt mir schon was? Walkie, 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 Walkie. Sagt mir schon was? Kennt ihr bestimmt? Kennt ihr bestimmt? Ja, meine... Ich hab Abitur! Es geht hier drum. Es geht hier drum. Es geht hier drum. Es ist so einfach. Es ist wirklich easy. Alter. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist es. Ja. Oh mein Gott. Wie schwer ist es, Alter. Ich hab's. Es ist wirklich schwer. Das ist so gut gezeichnet. Oh mein Gott. Ich hab Burkina Faso geschrieben, weil ich dachte, vielleicht bekommst du es lange. Jo. Aber nur um alle Spaghetti sich aufregen. Als ob man darauf kommt. Sascha, du cheatest, Bro. Das ist wirklich schwer. Nicht möglich. Das ist zu erkennen, Digga. Das sind Chips-Tüte und ein Atmos-Flip. Aber Jens schreibt Burkina Faso. Ja, Bruder. Ich bin noch weiter. Ich hab noch weiter gedacht. Weißt du überhaupt, wie die Plage von Burkina Faso aussieht? Ist das überhaupt ein Land? Ja, klar. Oder? Oder? Oh, ich dachte schon. Ja, mehr kann ich auch nicht machen, Alter. Digga, Sascha, du, der, der, der cheat oder auch? Junge, es ist so einfach. Es ist so alles gut. Was soll ich machen? Was soll ich machen, als gut gezeichnet ist? Junge, das ist ja komplett. Jens, was ist da denn los? Oh, Latz, du kriegst gleich einen Ausraster. Nicht mehr lang, denn die Tische bei ihm ist so kurz. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Wo kommt denn der Blitz her? Ja, ist ja egal. Was? Mit Sturm, Digga, beim Schneesturm kommen doch keine Blitze, Mann. Ja, aber ey, aber mit Sturm, Sascha hat's gewusst. Sascha hat's gewusst. Ja, weil Sascha hat cheated. Ich bin schlau, akzeptiert es. Oh mein Gott. Akzeptiert es. Akzeptiert es. An Peter. So big, so big. Peter, so big. Ohren. Hey, warum musst du dir das so schnell? Ja, was ist das so gezeichnet, hä? Nimmst du jetzt Kompliment? Ich wollte Kapitän Hook zuerst schreiben. So weit geh ich ins Detail. Einen Schritt weiter sinken. Next Level. Oha, oha. Let's go. Let's go. Let's go. Es ist halt auch so passend, wenn man das davor gelöst hat. Das ist auch so gut gezeichnet. Oh Mann. Ich bin es. Wer hat gemalt? Das war krass. Sehr gut. Ehrlich schön. Fast so gut wie mein Schneesturm. Paparazzi. War's. Oha. Hä? Hä? Oh Gott, Nico. Nico, bitte Mühe. Oha. 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 Was ist das denn für ein Wort? Ich hab's jetzt schon. Ich hab's nicht. Hä? Ne, doch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du es. Ich dachte, der gestiefelte Kater. Verstehst du? Oha, das wäre schlau gewesen. Ja, das wäre schlau gewesen, Alter. Aber, habe ich direkt gedacht? Happy Truefonds. Ja, wahrscheinlich. Weil ich eine Kindheit hatte. Weil ich eine Kindheit hatte. Ich hatte eine Kindheit. Was soll ich machen? Ich bin unschuldig. Ey, aber der gestiefelte Kater war eigentlich dicht dran. Das wäre so... Jens, das wäre krass gewesen, ehrlich. Ey, das ist echt schwierig, Digga. Ne. Ich kenn das Viech nicht. Alles klar. Kennst du? Hat ein übergeiles Intro, die Serie. Ein übergeiles Intro. Kenn ich nicht, Alter. Das ist ja wirklich... Klar, ja klar. Das war ein Big-Tipp. Ne, ich kenn's nicht. Hat ein übergeiles... Oh, aber alter! Du heilige. Der hätte noch die Saxophon oder so gefehlt. Boah, wie schreibt man das, ey? Boah, Fata Morgana. Ich weiß auch nicht. Boah, Fata Morgana. Ich weiß auch nicht. Boah, der hat schon einer geschrieben. Boah, der hat so falsch geschrieben. Ich hab's auch so... Ich weiß nicht, ob's richtig ist. Boah, ich hab keine Ahnung. Junge, ich... Leute. Was? Bin's. Ich hab auch... Ich kenn mich da aus. Ich bin da öfters unterwegs. Nur Müllwörter. Ja! Äh, wie nennt man das? So nennt man das! Ich war schon am Anfang da... Wie kommt der denn da drauf? Mit Wüstensturm. Ich hab schon am Anfang gleich so was geschrieben. Sag's doch gleich. Ja, 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 ja. Scheiße, Alter. Ich bin so schlau. Hey, Yoshi, Alter. Auf jeden Fall besser gezeigt als der... Wie soll ich auf das Wort kommen? Was ist das? Alter, Yoshi, wo ist das? Da sind ein paar Stär... Sandsturm, oh mein Gott. Das ist ne fucking Wüste, Mann. Ja, das war so einfach. Ey, wie kann Sascha... Sascha, auf der 2. Sascha, I get you the fucking ass and out here. Okay, 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 okay. Hast, Yoshi, hast du Jakub seine Story gesehen? Nein. Er hat gesagt, die Tiere fragen schon, wo wir sind und so. Ich denk mir so, hey, wo sollen wir sein? Echt? Muss ich nachher angucken. Ja, ja. Okay, okay. Nehmen wir das Ding hier. Ist easy eigentlich. Es geht um das Ding hier. Oh, wie heißt das, Alter? Oh mein Gott. Wie heißt das? Wie heißt das? Es ist ein Spoiler. Da bin ich am Start. Easy, Alter. Ja, okay. Es hat beim Porsche automatisch aus. Easy, easy points. Ich dachte zuerst, du meinst vorne. Ey, du meinst vorne, ja. Seid schnell! Seid schnell! Seid schnell! Seid schnell! Seid schnell! Ruhe, 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 bitte. Ich brauch Konzentration. Oh, super. Seid schnell, ja. Was ist das? Seid schnell, sagt der. Ich könnte schon wieder wirklich nach Bad fahren fahren. Alter, fertig, Alter. Ich kann dir noch was dazu malen. Ein bisschen so. Boah. Müll? Müll? Okay, wir machen nochmal, Alter. Juni, das ist so ein Müll. Wir machen nochmal, Alter. Okay, kann man anders malen. Dann machen wir es so. Komm. So, Alter, jetzt weiß ich. Das hat ja gar nichts mit dem Wort zu tun. Bruder, das weiß doch jetzt jeder, Alter. Das da. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Das da! Jetzt! Das! Das da! Das da! Da ist nix! Juni, du hast nichts gemalt jetzt. Achso, ey, bei mir ist gemaltes Haus, Alter. Ich hab gelöscht und nochmal gemalt. Es war gar nichts einfach. Es war einfach gar nichts. Guck, in meinem Stream. Guck, in meinem Stream gemaltes Haus. Ich hab nochmal gemalt. Ich hab nochmal gemalt. Ich hab nochmal gemalt. Ey, warte mal. Mev, woher wusstest du denn das? Nein, weil er Vorhang gesagt hat. Er hat gesagt, hier Vorhang und dann das Fenster geschaut. Ey, ich hab ein ganzes Haus nochmal gemalt. Sascha, was war das hier, als ob ich hier cheat oder was? Äh, du hast nicht gecheat. Was soll das denn sein? Ich hab nochmal gemalt, Alter. Und ich geb mir so eine Mühe. Okay, was ist das, Alter? Ja, Jungs, ehrlich. Einfach zu erkennen. Einfach zu erkennen. Hey, Jungs, ehrlich, bitte. Was ist für einfach? Ja, ich hab's! Einfach, einfach. Eine Sekunde. Ey, Sascha war schwer. Die Farben, du musst mit Farben arbeiten oben. Ja, hab ich... Was soll ich... Ich hab hier gearbeitet wie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ey, Jungs, bitte entdeutschen. Das ist so einfach. Guckt doch, ihr müsst doch die Geschichte dahinter erkennen. Das ist für eine Geschichte. Ey, ich hab's! Ich hab's! Ja, Alter. Halt's Maul, du Schwarz! Ja, Schwarz! Nee, Digga, du fackst so ab, Digga. Du bist so ein Geschlecht, Alter. Ey, jetzt haben wir... Alter! Oh Mann! Scheiße, hab ich so langsam getippt, ihr Penner! Weil ihr labert! Halt mich dreimal vertippt, Sascha, mit seinen Geschreien! Du schreist! Ich bin Picasso, sagt es bitte. Du bist gar nicht... Ich mal ein Haus und ihr seht's nicht! Ihr guckt auf weiße Leinwand! Oh Gott! Äh! 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 Oh ne! Oh! Hä? Oha, was ist denn das? Hä, wie nennt man das? Snapback, Alter! Ja, ich hab's schon probiert. Sturzhelm? Ja, ja, aber ist nicht. Äh! Ey, was?! Boah! Oh mein Gott! Äh! Ich hätte es ihnen vielleicht gelb machen sollen oder so. Wenn er gelb gewesen wäre. Ja. Gelb wäre in Ordnung aber Schutzhelm Alter! Das heimlich haben wir wieder. Äh! So ehrlich, allerletzte! Okay, let's go, let's go. Komm. Ich hab mich fett schickt, Alter. Ja, moin. Ey, Sascha, aber du warst auch mal im Büro angestellt, so schnell wie du tippst, ne? Ich weiß, ich weiß. Krass. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Klar, klar, kennt man, kennt man, kennt man. Oha. Oh, woher kenn ich denn das? Das kennt man, das kennt man. Oha. Wenn's um Finanzen geht, weiß Lazo wieder direkt Bescheid. Das ist gut gezeichnet, Alter, ehrlich. Finanzen war der Tipp. Das war echt gut. Ey, Paypal. Okay, ich bin dran. Verdammte Scheiße, Alter. Okay, geht schnell. Geht ganz schnell. Dann ist es Autobahn. Schade. Fertig. Oh mein Gott. Alter, Lazo, wie kannst du da... Oh mein Gott. Was für raute Route, Alter. Was für eine Route. Junge, 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 Junge. Route mit U-T-E. Oh Gott. Route-Taste. Alter, Lazo, das ist echt, also, ne. Echt nicht. Route-Taste? Hey, Lazo, das ist echt. Route-Taste. Kannst du keinem erzählen, Alter. Kannst du keinem erzählen, Alter. Kannst du keinem erzählen, ehrlich. Ich hab da gar nichts dran gedacht, Alter. Hashtag, Alter, Nico. Okay, das ist klar. Das kennen wir alle. Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn? Sascha, was war das denn? Rührei, Alter. Gib mal Rührei. Rührei. Pavarazzi. Oh Pistez, Alter. Es wird alles auf einmal kommen, macht euch keine Sorge. Es wird alles auf einmal kommen. Was? Oh, nee. Äh, äh, versteh ich nicht. Oh, Strong Strong. Ganz einfach, ganz einfach. Polen, Alter? Oh, nee. Aber die Farben sind einfach falsch rum. Weil er die Fahnen nicht kann. Oh, oh. Weil er die Fahnen nicht kann. Es ist falsch rum. Darauf hab ich jetzt keine Ahnung gegeben. Es ist aber ganz einfach. Alter. Okay, Alter. Liegt da Dänemark, Alter? Wieso malst du nicht die dänische Flagge, hä? Weil es so einfach ist dann. Ja, aber das muss man erst mal verstehen, Alter. Und ich denk, ich geh wieder weg von Grenze. Ich geh wieder weg und denk mir. Im Dudelsack, Alter? Deutscher Dudelsack, denk ich mir kurz. Das ist falsch rum gewesen. Ich hab mich da gar nicht beschäftigt, sorry. Die deutsche Flagge, Alter. Ist aber wirklich traurig, dass Sascha das nicht wusste. Macht nicht, Sascha. Ey, komm. Oh, Strong. Äh, wie heißt der? Ich freu mich noch nicht verschreiben. Jawoll! Bestes Casino in Las Vegas, Alter. Flamingo. Gönn groß. Gönn Schlazo, gönn. Oh nein, es muss irgendwas wieder mit Peitschen sein. Er wird ausgepeitscht. Oh shit, Alter. No, no. Okay. Oha, oha, oha. 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 Ja, Moment doch. Oh mein Gott. Hab ich doch. Hä? Ich schreib's noch dreimal, dann wirkt's. Boxen, Alter? Boxing? Junge, Junge, Junge. Boxer! Das ist... Jetzt musst du aber ran. Jetzt musst du aber ran. Fliech. Nein! Oh nee. Ich bin der dümmste Mensch Europas. Chat, ich mach gleich Chat löschen. Ihr hört auf. Mit den Emojis. Mit den Lach-Emojis. Okay, das ist ja klar. Das ist klar. Gärtner, Gärtner ist es nicht. Oh nein, wie schreibt man die? Gott im Himmel. Alter, wie schreibt man die? Die sind's nicht, die sind's nicht. Äh... Ah, okay. Oh Gott, nein. Also mehr geht eigentlich nicht. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, das ist wie schon... Wie man dieses Wort schreibt, ist ja gottlos, hä? Jo, das kommt mal... Ey, okay, okay. Ey, probier alles durch, Alter. Es ist so schwer zu schreiben. Es ist unmachbar. Oh, Boys. Sascha, das ist... Oh Gott. Hätte ich nie gedacht, dass man's so schreibt. Ey, wie schreibt man die? Ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß drauf, Digga. Ah, Daddy. Fast. Oh Gott. Ich schreck's nicht. Ich bin schon ins Detail gegangen. Tinky Winky wollte ich schreiben. Auch, ich auch jetzt. Ich auch. Ich hab Tinky Winky geschrieben. Ja, Alter. Hä? Was? Ja! Oh, Nico! Hä? Oh, Nico kennt sich aus damit. Nico kennt sich aus. Ah, okay. Ja, okay. Muss man Nico lassen. Muss man gönnen. Fair, 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 fair. Fair, fair, fair. Nico, hättest du den nicht geholt, da wär ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Also... Das hier dazu... Das ist einfach. Das ist natürlich... Ich will dich nicht zu nahe drehen, aber das Jens, ich weiß es mir klar. Gott. Ich weiß es alles gut. Wenn du es bei der Tankstelle geben, dann hättest du sofort. Bei der Arai. Jawohl. Nein. Ich denke mir in Wassermelone in blau. Ich bin dran. Wassermelone. Okay, ruhig, 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 ruhig. Ich dachte noch kurz Kokosnuss oder so. Raspel, weißt du? Okay, Bruder, das ist... Oh, mein Gott. Äh, Dinger, ähm... Hä? Gut gemalt, gut gemalt. Das ist besser... Gut gemalt, Alter. Achso, Dinger, das zeige ich vom Christentum, oder nicht? Du siehst ja auch direkt was... Ja, gut, die Farbe macht's. Die Farbe macht's jetzt. Hä? Ach, komm. Besser kann ich's nicht, Alter. Komm. Lass es. Lass es. Lass es. Ah, schlecht, aber schlecht. Also das ist schlecht. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich. Ja, Lachs. So schön. Danke. Oh Gott, nein. Paparazzi. Oh nein, schwer, Sascha. Oha, 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 oha. Also, was ist das denn? Nice. Was zum공angst, dunke? ? 궁금 cool, dunke ein Kackling. Das deepest ist nicht eng, was? Oha, 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 ohb, oho, oha, 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 oho,io samt das dann? David, oha, oha, ohaah. Duitschbeck, ja, ja, Duitschbeck, ja, ja. Ja, moin. Oh Gott. Alter, ja. Rentier. Ich muss aus der Höhe liegen wie ohne Schrank. Ja, wieder Vierter, ich bin immer Vierter, Alter. Ey Männer, sehr, sehr geile Runden. Danke euch, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt in die Apex-Zone rein. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute der Welt. Ich gehe jetzt in die Apex-Zone rein.